Können Sie sehen, was da vorne los ist? Das interessiert mich nicht im Geringsten. Mich interessiert nur Quatsch. Ah, der Herr Schriftsteller. Das wäre am Arbeiten. Der Wundertäter war von hohem Wuchs. Es ist die Geschichte eines Wundertäters in unserer Zeit, der keine Wunder tut. So was kannst nur du schreiben, Daniel. Ich will es veröffentlichen. Bist du voll? Und Jenhoff wird es drucken. Sie haben heute und gestern abgeholt. Die Redaktion ist bis so weit ausgeschlossen. Ich muss diese Geschichte schreiben. Sie werden es als Provokation auslegen. Sie haben es schon schwer genug Dickshade. Verdacht auf staatsfeindliche Propaganda. Das ist sein, Daniel. Das ist gesünder. Ein Mann wollte sie strecken. Was hat er gewollt? Weiß ich nicht. Wir müssen sterben. Alles, wofür wir gearbeitet haben. Ich rette mein Leben zum Teufel. Ich werde den Wundertäter zum Ende schreiben. So, da bin ich. Und da bin ich.